Silber Armband. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, was ich mache, mit den Kisten öffnen. Wir werden es sehen, früher oder später. Droni, los geht's! Kommt her, ihr Ratten! Zack, Bauschaum! Hippi! Oh, 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 oh! Alter Schwede, das war richtig knapp mal wieder. Toi, toi, toi! Viel Glück beim nächsten Mal! Er war ungedeckt. Da machen wir Multiplikativ-Schaden. Das ist wichtig. Das entscheidet alles. Da hinten. Folgt ihnen. Zack, zack, zack. Weiter. Vorsichtig. Das ging gerade noch mal gut, ey. Ein Glück sind wir noch so schnell in das Auto gekommen. Haben wir es? Noch ein bisschen Basiskram mitnehmen. Kohlefasern, richtig? Ja. Offensichtlich kenne ich jetzt das Symbol für Kohlefasern. Ähm, nee, nee, nee. Ist zu billig. Brauch ich nicht. Oh nein, der ist umgefallen. Eine Sekunde. Ich mach kurz, klar, Shift. Zack, und dann hole ich dich. Da kommt noch einer. Ach, guck mal, der hatte eine Wiederbelebungsdrohne oder so dabei gehabt. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Alles cool. Haben wir es? Sieht gut aus. Hakuna Matata. Ach so, der hat sogar einen niedrigeren Level als ich. Ich muss auf ihn aufpassen. Ach so. Ach so. Das ist natürlich jetzt ein ganz schöner Game Changer. Mach ich. Hier lang. Wir schaffen das. Haben wir schon mit Level, mit SAD Level 199 Kontrollpunkte Stufe 4 gemacht? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, da müssten wir ein paar Folgen zurückspringen. Oh oh. True Suns. Nee, nicht von hier. Nicht von hier. Nicht von hier. Ist zu offen. Ist zu offen. Lass uns hier lang gehen. Wenn das geht. Ist hier vielleicht noch ein versteckter Eingang? Hier, ich wollte mir diesen Geheimraum angucken. Wir müssen doch von der anderen Seite rein. Aber ich tue mal so, als ob das hier gewollt war. Äh, taktische Schutzmaske. Nein, danke. Als Plunder mitnehmen. Und wenn wir voll sein sollten, können wir ja immer noch dann den Kram zerlegen. Richtig, genau. So können wir es machen. Bis wir dann wieder beim weißen Haus waren. Hallo, ist doch gut, man. Ich mach doch nicht so ein Remi Demi hier. Zack. Schön auf Distanz, Mensch. Dafür haben wir doch Sturmgewehre. Hallo, Bauschaum. Die Stacks, Mensch. Vielleicht kurz die Stacks anders aufladen. Das geht schneller. Flop, flop, flop. Deckung. Und dann die Gruppe rufen. Die WhatsApp-Gruppe. Und der Division. Okay, okay. Weiter. Flop, rein da in die Bude. Vergiss es. Wir gehen rein. Hm, hm. So nicht, so nicht. Katsche. Weiter, weiter, weiter. Wir sind nicht aufzuhalten. Oh, oh. Nicht, dass wir uns jetzt hier genau in den Boden in den Kessel gesetzt haben und jetzt stürmt es von allen Seiten. Oh, oh. War doch von oben, ne? War nicht von oben. Hahaha. Wo ist mein Additivschaden? Falsche Waffe. Renn nach oben, schnell. Oder bleib da an der Ecke. Solange es nicht brennt. Tasche. Ah, ha, ha. Ausgesprungen. Deckung. Nein, nein. 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 Medikit. Medikit. Ultimatives Medikit. Da kommen noch welche. Oh, das ist so tryhard hier. Drohni. Uh, 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 uh. Jetzt sind wir oben. Jetzt müssen wir oben weitermachen. Ist hier noch einer? Irgendwer? Was für ein Remi-Demmi. Kann ich wieder runter? Hat es aufgehört zu brennen? Höchstwahrscheinlich, ne? Immer schön Umsicht waren. Ihr Ratten, ihr. Und das war mein Heartbreaker-Stack. Da kommt der nächste. Ein Super-Ingenieur. Go. Aua. Wer hat auf mich geschossen? Wer war das? Welche Ratte? Flop. Der H-B-Stack, Mann. Der H-B-Stack des Grauans. Hat er ihn? Zauber. Flop. Flop. Nachladen, bitte. Cool. Action, Mann. Action. Und schön hier beim Zirkelstab bleiben. Ich meine natürlich bei der Säule hier. Flop. Kontrollpunkt gesichert. Und wir looten später. Laufen dann alles ab. Moni. Ja. Moni, 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 Moni. Schnell rein. Rein hier. In die Hütte. Behälter fällt der Experte. Naja, als Experte würde ich mich jetzt aber nicht bezeichnen. Wirklich nicht. Wir haben noch viel zu lernen. Los. Haus hier. Amis haben wir die Sonne auf. Wie schön. Wie schön, Mensch. Immer auf den Bauschaumtypen zuerst. Na, will noch wer? Ich glaube, die kommen nicht her. Wenn wir so hart von hier aus ballern. Da müssen wir ran. Da müssen wir ran. Go, go, go. Na, nein, falsch, falsch. Das war falsch. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier in Deckung gehen. Und erst mal gucken, was hier noch so rumkreucht. Oh, oh. Yeah. Bumsichtbaren. Und da ist er weg. Und da, von links. Sie kommen. Von allen Seiten. So was, wie wo. Wer war das? Einen echten Hasen, was? Nee, den will ich nicht sehen. Steck ihn wieder ein. Da hinten. Da ist die Action. Da wollen wir hin, Mensch. Lasst die Drohne in Ruhe. Hät euch nichts getan. Ja, Mann. Na, vergisst du. Oh. Das hat weh getan. Kurz heilen. Ran, 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 ran. Nein. Nein, Mann. Oh, er kommt jetzt, ne? Der Anführer. Von wo genau? Und wo genau kommt der? Da. Oh, jay, 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 jay. Cool. Action, Mann. , sowie Action. Vorsichtig, vorsichtig. cool. Da ist der Anführer. Oh, schon wieder mit Cowboy-Huh. Oh, die Ratte, die. Waffenwechsel. Deckung. Doch, nicht Deckung. Oh, 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 oh. Oh, wie cool, Mensch. Das war voll Action. Hab mich gefreut. Äh, alles zerlegen, bitte. Ausgezeichnet. Klubdiwupp. Jetzt noch schnell die Vorratskammer. Und dann... Und dann ziehen wir uns den Kopfgeldeinsatz rein. Hintereinander weg. Durchladen. Ja, wir müssen halt noch mehr Schaden machen. Sonst wird das hier nichts. Ich merke das schon. Es hat gerade so geklappt. Der Vorratsraum war oben, oder? Ja, da drüben. Wir folgen einfach dem Marker. Zack. Essen haben wir jetzt nicht zufällig hier durch den Kontrollpunkt bekommen. Ich prüfe das gleich mal nach. Kram, Mensch. Jede Menge Kram. Ähm... Naja, gut, das Ding ist. Falls wir uns mal wieder entscheiden, mit dem Pistolenschild zu arbeiten. Aber ich glaube eher nicht. Projekte... Wir haben kein Essen, ne? Nuh, nuh. Verdammt nochmal. Ich will doch meinen exotischen Behälter. Da könnte die Rock'n'Roll drin sein. Und dann ist wirklich Rock'n'Roll. Hier um die Ecke ist gleich Essen. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Bin gleich wieder da. Vielleicht kommt er ja hinterher. Ist gut möglich, ne? Und danach, direkt danach, ziehen wir uns den Kopfgeld-Einsatz rein. Flup. Oh, die Sonne geht auf. Herrlich. Oder sie ist schon aufgegangen. Sieht doch gleich viel, viel schöner aus. Wollt ihr auch zum Essen? Das könnt ihr aber vergessen. Die Schlacht am kalten Buffet. Wir sind die Ersten. Und die Letzten. Und wenn es nur noch ein paar Cracker sind. Sie gehören uns. Was ist denn hier das Essen? Ach, da hinten. Hinter dem alten Restaurant. Da haben sich Pilzkulturen gebildet. Aus alten Abfällen. Aber die sind essbar. Solange es Kalorien bringt. Hä? Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 2. Was ist hier drin? Guck mal, richtig Ausrüstung hier beim Essen. Bei der Kinderschaukel. Schon ein bisschen fragwürdig, oder? Aber ich glaube, die ist nicht mehr im Betrieb. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sie sind hier. Sie sind hier. Verdammt doch mal. Das gibt es ja nicht. Ihr Rat, ihr. Deckung, Deckung, Drohni. Das sind ernstzunehmende Gegner. Übles Pack, Mensch. Übles Pack. Mann, 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 Mann. Die ganze Stadt ist am Brennen, wie immer. Ich glaube, da oben ist noch ein bisschen Essen. Aber ich will ihn hier nicht langweilen. Er hat doch bestimmt auch Pläne, oder? Ich motiviere ihn ganz kurz. Gut gemacht. Bis hierhin. Kommen wir hier hoch? Nein. Aber über den LKW, ne? Ich brauche nur Essen. Und dann markiere ich das Kopfgeld. Okay, dann ziehen wir uns das zusammen. Oh. Aber das ist nicht das Kopfgeld gewesen, was wir in Bezug auf die Fahndung machen müssen. Dankeschön. Die Kiste holen wir uns danach. Kopfgeld Einsatz. Den goldenen wollen wir haben. Mathers Marudas. Ein Sniperino. Oder ein Gewehrschütze. Alles klar. Überspringen. Wo dürfen wir hin? Da runter? Ach, Herr Jemini. Ich beam mich hier rüber. Ich hoffe, er macht das auch. Wir waren ein echt gutes Team, muss ich sagen. Er ist hier tatsächlich. Wie gut, Mensch. Astrein. Dann wollen wir mal, ne? Mathers Marudas. In welche Richtung geht es denn? Komm, 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 komm. Wir sind voll absolut. Wir haben sogar drei Medi-Kids. Alles durchladen, bitte. Nur für den Fall der Fälle. Wir sollten auch mal wieder ein paar Raketen abschießen. Noch 14 Minuten. Aber das wird haarig. Oh, oh. Okay. Okay. Machen wir klar. Machen wir klar. Die Stacks aufladen. Yay. Ach, guck mal. Alter Schwede. Wie wir den wegzimmern hier. Wie? Nichts, Mensch. Ist ja noch irgendwer. Die da drüben, die können wir ignorieren. Zyklon-Magazin. Für Geschützi. Für die nächste Runde mit Geschützi. Ignorieren wir. Die fallen uns bestimmt nicht in den Rücken. Na gut. Du hast mich überzeugt. Hakuna Matata. Bester Name ever. Sehr gut. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Mann. Ja, das hat nicht nur meine Kindheit geprägt. Ist aber auch schon lange her. Ich muss mir mal den echten angucken. Den echten König der Löwen. Der soll echt gut sein. Der soll nicht so, ähm, so creepy animiert sein. Egal. Wir machen erstmal ein bisschen Action hier drüben. Granati. Airstrike. Los. Ballermann. Ballermann und Söhne. Die Stacks, Mann. Die Stacks. Flop, Flop, Flop. Aufs Magazin geballert. Boom. Seitenwechsel. Können wir uns sparen. Sind alle weg. Nee, dahinten ist so einer. Magic. Epischer Magic. Sauber. Schraub. Wir haben keine Zeit zum Aussortieren. Aber wir wollen es mitnehmen. Jutti. Sauber, sauber, sauber. Was liegt da? Ach, guck mal. Medikit. Broni habe ich auch ganz vergessen. Hast rein, Mensch. Uns darf nur nicht die Munition ausgehen. Go, go, go. Wir gehen rein. Broni. Kurz den Blumen wirken lassen. Wir wollen uns an die Dunkelheit gewöhnen. Ich bin nachtblind. In Spielen. In echt nicht, aber trotzdem. Zugriff. Zugriff. Bauschaum. Bauschaum, Mensch. Hatten wir alles nachgeladen gehabt? Nee, hatten wir nicht. War so klar. Es war so klar, man. Ich gehe hier lang. Wir nehmen sie in die Zange. Klop. Heartbreaker Stack. Yay. Köpfchen, Köpfchen. Na, wo ist er denn? Mr. Bauschaum. Hat sich ausgeschaumt. Sind alle durch hier? Flop, divop. Ausgezeichnet. Es float. Ich spüre das richtig. Da war ne Vector dabei. Oh, Schande. Die wollte ich doch mal ausprobieren. Aber ist nicht so schlimm. Tasche, Tasche, Tasche. Mist, ey. Da hätte ich besser aufpassen sollen. Ist alles durchgeladen. Jo, der Stack, Mensch. Der Stack. Rein da. Sie kommen. Ist mir doch egal. Ja, ich hab ein Schild. Das war hingefallen. Über einen offenen Schnürsenkel gestolpert. Er wurde in der Grundschule immer gewarnt. Aber er wollte nicht hören. Ist hier einer? Können wir hier ohne Probleme durch den Hof? Oder ist das unser Todesurteil? Täschchen. Roni durchhalten. Roni hat noch viel Energie. Ach, runter müssen wir. Er weiß das wieder, ne? Level 200. Ich sollte das auch wissen. Mit Level 500. Meine Güte. Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Hakuna. Bist du soweit? Bist du afghan? Wir ziehen das durch, ne? Oh, oh. Spezialmoni. Äh. Police, bitte. Hier ist noch ein Hafenkasten. Er könnte wichtig sein. Wir können auch in der Vector drin sein. Mh, mh. Ist aber nicht. Äh. Plunder. Plunder, plunder, plunder. Er macht hier schon wieder Remi, Demi. Na, da mal los. Hai, 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 hai. Waffenwechsel. Nein. Mh, mh. Häuser hat ein, bitte. Au, au, au. Sollten uns ausbreiten. Oh, das ist ja mega dick. Oh Gott, nein, bitte nicht. Deckung, Deckung. Bitte nicht, bitte nicht. Vector, äh, Quatsch. Da glint er, bitte. Die andere Vector. Ist doch, es ist doch auch nur ne Vector mit Aufsatz, oder? Habi ist Deck. Da hinten ist er. Wir looten später. Habi ist Deck schon wieder fast down. Mh, 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 mh. Da ist er. Sniperino, Mann. Ist bestimmt richtig übel, wenn man von dem getroffen wird. Drohni in 25 Sekunden. Das war's schon. Aber das war jetzt noch nicht. Das. Genau, jetzt. Jetzt können wir, können wir, äh. Major Xander eliminieren. Ich lass das jetzt mal mit dem Personalpronomen. Da kann man sich nur. nur jetzt vertun, äh. Jutti. Ich geh gleich weiter. Hab ich noch einen Hyänerschlüssel? Nein. Aber ich hab so viele Elita-Hyäners erledigt. Mann, Mann, Mann. Gucken. Oh. Äh, dann gleich zerlegen, bitte. Dann jetzt bitte alles gleich zerlegen. Weil wir voll sind und wir wollen jetzt nicht zum weißen Haus. Wer schießt denn hier noch? Ja, ist doch gut. Ist okay. Alles klar. Oh, ich verstehe. Du hattest einen Schlüssel. Das ist ja fantastisch. Ja, das ist ja fantastisch, Mensch. Ausgezeichnet. Kram, Mensch. Jede Menge Kram. Er kennt sich aus, ne? Er hat 200 Level wahrscheinlich besser aufgepasst als ich. Schönen Sie sich und er kann Sie zum Altar führen. Okay, cool. Nice. Ich denke, wir können, ne? Ich markiere das Ziel. Und dann geht's ab hier. Äh, 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 äh. Kopfgeldeinsätze. Wieder hier. Natürlich wieder hier. Distrikt Union Arena. Major Xander. Aktivieren. Überspringen. Und dann per Schnellreise rüber. Und das wird er wahrscheinlich auch machen, ne? Xander. Ja, richtig. Ähm, also hier. Flup.